Meldeamt Frankfurt, direkt nach dem Meldeamt zur mobilen Tanzschule. Hier geht's um deinen Tanzerfolg und darum, dass du ganz bequem zu Hause tanzen lernst, indem ich als Privattanzlehrer zu dir nach Hause komme und dich tänzerisch bei dir daheim fit mache. Wunderschön, guten Tag dir, hallo, hallo. Sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir. Ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Hier geht's also um deinen Tanzerfolg und den ganz bequem bei dir daheim. Ich komme bei dir vorbei. Wenn es für dich in Frage kommt, über mich, dem ADTV IHK World Dance Council. Gutesiegel ausgebildeten Privattanzlehrer Tanzprivatstunden zu dir nach Hause zu holen. Wenn das für dich interessant ist, eine Lösung sein kann, dann der Vorschlag an dich. Lass uns für deinen Tanzerfolg in Kontakt kommen über die Nummer 0176 840 44 661.